Die Debatte über das Panzermuseum hatte also bereits jetzt schon die Landespolitik erreicht und im Landtag wurde nun ebenfalls über das Panzermuseum und dessen Förderung debattiert. Und jetzt wird es mal richtig interessant. Am 22. September 1983 wird das Panzermuseum offiziell eingeweiht. Der Bürgermeister sagte damals in seiner Rede, wo sonst sollte wohl ein Panzermuseum stehen als in Munster der Wiege der deutschen Panzertruppe. Sagen wir mal so, die Logik zieht aber nur, wenn man exklusiv die Panzertruppe der Bundeswehr meint. Die Sturmpanzerwagen des Ersten Weltkrieges hatten ihre Wiegen anderswo. Getestet wurde der erste provisorische A7V in Mainz und die ersten richtigen Übungen der Abteilung fanden in Sedan in Frankreich statt. Die Panzerwaffe der Wehrmacht hatte ihre Gründungsorte ebenfalls an anderen Orten. Also die ersten Kampfwagenregimente wurden 1934 in Zossen und in Odruf gegründet. Die ersten Panzerdivisionen wurden 1935 in Weimar, Würzburg und Berlin aufgestellt. Und die erste Panzertruppenschule wurde in Zossen offiziell 1937 eröffnet. Aber, Spaß beiseite, das Detail ist in der Tat interessant, sonst hätte ich es nicht erwähnt. In der normalen Logik von Erinnerung und historischer Sinnstiftung nimmt man eigentlich immer den ältesten identifizierbaren Ort einer Sache als logischen Gründungsort eines Museums, wenn es irgendwie geht. Das Munster, hier von der zivilen Seite als Wiege der deutschen Panzertruppe bezeichnet wurde, zeigt, dass der Fokus des Museums inhaltlich und identitätsmäßig und damit auch vom Selbstverständnis her auf dem zweiten Träger lag, auf der Bundeswehr. Dieser Punkt wird in den folgenden zwei Dekaden noch sehr wichtig werden. Und deswegen erkläre ich das hier. Die Eröffnung zieht viele Gäste an. Es gibt jede Menge positive Regionalpresse. Es gibt aber auch viel Kritik. So schreibt stellvertretend ein Bürger am Heidekurier, Zitat, Es entstünde der Eindruck, dass hier sinnlos Millionen verpulvert werden, um einigen wenigen ewig gestrigen Militärs ein Spielzeug in die Hand zu geben, damit sie ausgiebig in Erinnerung schwelgen können. Ein unnützes Spielzeug. Zitat Ende. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Erinnern Sie sich daran, das Kriegsende ist 1983, gerade mal 38 Jahre her. Nicht wie heute irgendwie gefühlt und auch zahlenmäßig fast 100. Wer 1945, 20, 25, 30 war, ist 1983, 60, 65, 70. Also Leute, die in der Gesellschaft noch durchaus was prägen, die in großer Zahl präsent sind. Und wenn dann ein Museum gegründet wird, mit einem hohen Anteil an Spendengeldern, das vor allen Dingen Wehrmachtenfahrzeuge zeigt, dann ist natürlich schon die Frage interessant, wer baut das für wen mit welcher Intention. Insofern ist dieser Kommentar zur damaligen Zeit durchaus relevanter, ich sage jetzt nicht richtig oder falsch, sondern durchaus relevanter für die Debatte, als er es heute wäre, wo praktisch keine Zeitzeugen mehr leben. Und auch wenn wir unserem Pressearchiv nichts dazu gefunden haben, so scheint es auch damals bereits Gegendemonstrationen gegeben zu haben. Das Achima-Kreisblatt wird 1987 schreiben, dass es Demonstrationen gegeben habe, 84 und 85, bei denen auch Farbbeutel eingesetzt worden seien. Das wäre natürlich eine schöne historische Kontinuität, verifizieren konnte ich das nicht. Und die CDU-Munster wird 1997 in einem Parteiblatt, also so eine Art kleine Zeitung, die verteilt wurde, schreiben, dass die SPD-Munster, Zitat, bei der Gründung des Panzermuseums in weißen Gewändern an der Spitze eines Demonstrationszuges vom Rathaus zum Panzermuseum marschierten, um so ihren Widerstand zu zeigen. Zitat Ende. Und damit ist auch gleich eine der Hauptlinie dieser Videoserie, der ganzen Erzählung etabliert, der ständige lokalpolitische Streit um das Panzermuseum. In den kommenden Jahren wird es immer wieder heftig, also eigentlich unausgesetzt, heftige Auseinandersetzungen, vor allen Dingen zwischen der im Stadtrat komfortabel regierenden CDU-Fraktion und der oppositionellen SPD-Fraktion geben. Dabei geht es selten um das Ob des Museums. Das ist vorab wichtig, damit man jetzt gleich im Kopf hat, ja, die 80 Jahre SPD, alles irgendwie Friedensfreaks, die einfach dagegen sind. Es ging im Prinzip immer um das Wie, sowohl konzeptionell als auch finanziell. Also wie soll das Museum gestaltet werden und wer bezahlt dafür? Es ging nicht, soweit ich das nachvollziehen kann, spätestens seit der Gründung nicht mehr, um das Ob. Aber das nur sollt Ausblick. Erstmal zurück in das Jahr 1983. Wichtig ist noch folgender Faktor, der heute auch praktisch in der Vergessenheit geraten ist. Die Hallen des Panzermuseums sind anfangs reine Panzerhallen. Sie enthalten den sogenannten Sammlungsteil 1, Panzer und gepanzerte Fahrzeuge, so hieß der Teil. Teil 1? Genau, es gab noch einen Teil 2. Sammlungsteil 2, Uniform, Ausrüstung, Ordendokumente, war auch nach der Eröffnung des Panzermuseums immer noch in der Panzertruppenschule selbst untergebracht. Vergessen wir nicht, das Museum wurde auf dem Gelände der Panzertruppenschule gegründet und steht auch heute noch auf dem Kalende dieser Kaserne. Der Bereich, den wir bespielen, wurde mit Zäunen abgeteilt. Ja, auf diese Weise wurde es öffentlich zugänglich gemacht, dieser Bereich. Aber der Bereich ist immer noch Teil der Panzertruppenschule, Teil der Kaserne, Teil der Absicherung, was notwendig ist, damit wir Kriegswaffen zeigen können. Damals musste man aber, um eben die Uniform und Orden sehen zu können, in den eigentlich militärischen, nicht öffentlichen Teil immer noch reingehen. Der Weg dahin war relativ kurz, aber er musste zu Fuß zurückgelegt werden. Und das waren jedes Mal 5 Minuten Fußweg in jede Richtung. Und jedes Mal mussten die Gäste an der Wache angemeldet werden. Was jedes Mal Schreibkram ist, weil es mit Personalausweisen, Aufnahmen usw. funktioniert, das ging natürlich nur im Rahmen einer Führung. Also, der Leiter des Museums musste die Gruppe geschlossen rüberführen, durch die Ausstellung begleiten und dann geschlossen wieder aus der Kaserne zurück den öffentlichen Teil ins Museum führen. Jahre später, als Sammlungsteil 2 ins Museum verlagert wird und dann diesen Saal der Sammlung bildet, wird der Museumsleiter zu Protokoll geben, dass das zwar immer ging, aber doch etliche Kilometer zusammengekommen sind und viel Wartezeit an den Toren wird auch dazu gekommen sein. Also, es ist schon ziemlich ironisch, dass das Panzermuseum gegründet wurde, damit Zivilpersonen nicht in die Panzertruppenschule reinlaufen müssen, nur um dann das Problem zwar zu reduzieren, aber nicht abzustellen. Laut Böhme Zeitung wollte und sollte sich das Museum gemäß der Reden vom Eröffnungstag, Zitat, Eine Begrüßungstafel im Eingangsbereich, die die Besucherinnen und Besucher gesehen haben, wenn sie das Museum betreten haben, führte das etwas weiter im Detail aus. Ich zitiere mal ausführlich. Zitat, Lustigerweise habe ich diese Version des Gesamtzitats aus dem ersten Konzept des Museums von 1986 entnommen. Da hat sie nämlich abgedruckt. Die Tafel wurde komplett wiedergegeben, drei Jahre später nach der Eröffnung. Es ist also plausibel, dass das der reale Zustand war, der richtig zitiert wurde, der da hing. In der Version, die in der Festschrift 1993 abgedruckt wurde, als Zitat, wo ich das zuerst gefunden habe, ist auch alles Wort für Wort gleichlautend wie im Konzept, aber der Satzteil und nichts auszuklammern fehlt. In der Festschrift steht also nur, dies fordert, den Gesamtbestand der deutschen Geschichte in die Betrachtung einzubeziehen. Punkt. Es ist unklar, ob dieser Unterschied ein simpler Fehler war, Übertragungsfehler oder Absicht. Spannend ist es auf jeden Fall. Nach diesem Teil geht der Text ins Konzept auf dieser Begrüßungstafel und fährt fort mit. Zitat, Politisch-historische Bildung trägt so entscheidend zur Entwicklung eines verfassungskonformen Traditionsverständnisses und einer zeitgemäßen Traditionspflege bei. Diesem Ziel dient das Panzermuseum Munster. Zitat Ende. Obwohl der Text eingangs also richtig darauf hinweist, dass das Panzermuseum durch Stadt- und Panzertruppenschule getragen wird, ist die eigentliche Aufgabe des Hauses 83 laut Selbstdefinition ein militärisches Ziel. Es geht um die Traditionspflege der Bundeswehr. Verfassungskonform und so weiter und so fort. Aber es ist eine Aufgabe für die Bundeswehr von der Bundeswehr. Das ist wieder ein weiteres Zeichen, dass das Museum anfangs strukturell noch viel militärischer geprägt war als heute. Auch wenn, wie gesagt, der Museumsbetrieb bereits durch Menschen in Zivilklamotten gemacht wurde. Bereits am 8. November, also vom 22. September bis zum 8. November, konnte das Museum die 5000. Besucherin verzeichnen. Ja, Besucherinnen. Dass keine Frauen ins Panzermuseum gehen würden, war also schon damals grundsätzlich falsch. Zum Jahresende 1983 wird dann politisch Bilanz gezogen und die Böhme-Zeitung berichtet am 24. November von einer lebhaften Debatte im Stadtrat, also Schiff, Geführ, Streit. Die SPD-Fraktion kritisierte die steigenden Kosten und befürchtete, dass dies weitergehen würde, während das Panzermuseum im Vorfeld, laut Aussage der SPD, von der CDU als reine Einmalinvestition angepriesen worden sei. Die FDP, die glaube ich mit ein oder zwei Personen im Rat saß, verwies auf die steigenden Einnahmen, die ja bald die Kosten decken würden. Also der Markt regelt das. Und die CDU bestritt, versprochen zu haben, dass Folgekosten gänzlich ausgeschlossen seien. Vor allem aber verweist die CDU-Munster auf den folgenden Punkt. Zitat. Der Stadt Munster müsse es darum gehen, ihre Monostruktur zu lockern. Zitat Ende. Unabhängig von parteipolitischen Standpunkten ist das ein Argument, das bis heute immer wieder von allen Seiten vorgetragen wird. Sei es jetzt Politik und deren Fraktionen oder Verwaltung. Weil es einfach objektiv richtig ist. Die Bundeswehr ist der wichtigste Standortfaktor in Munster, aber er darf natürlich nicht der einzige sein für eine Kommune, die an die Zukunft denkt. Wenn Sie die Debatten um die Garnisionsverlegung durch die Jahrzehnte mitbekommen haben, jedes Mal zittern alle Garnisionsstädte, wenn wieder die nächste Reform durch die Bundeswehr tobt, ob die Soldaten da bleiben. Tourismus ist ein zweites Standbein von Munster und das Panzermuseum ist das Flaggschiff dafür. Also besteht da zumindest Einigkeit, dass es eben wichtig ist. Grundsätzlich erstmal in seiner Existenz. Nochmal. Das schlägt den Bogen zu dem, was ich gerade gesagt habe. Es geht auch der SPD und der FDP nicht um das Ob, sondern um das Wie. Geld, Konzepte. Auch hier bei der Debatte. Am 5. Dezember 1983 ein weiterer Geburtstag. Es wird der Verein der Freunde und Förderer des Panzermuseums gegründet. 73 Personen sind die erste Generation des Vereins, der die nächsten Jahre erstmal maßgeblich das Schicksal des Museums mitbestimmen wird. Die Rollen und das Verhältnis der vier Akteure untereinander, also Stadt, Bundeswehr, Verein und Museum selbst, wird sich in den kommenden Dekaden immer wieder mal verschieben. Und in dieser Zeit ist es eben noch im Werden. Das ist eine ganz spannende Phase. Das Jahr 1983 wird dann mit rund 8000 Besuchen abgeschlossen. Noch keine Sensation, aber eine absolut respektable Zahl für ein erstes Jahr. Eine Zahl, nach der heute sich, wie gesagt, einige Museen die Finger lecken würden. Damals einfach so erreicht. In einer relativ kurzen Zeit. Im Jahr 1984 wird dann sofort der zweite Bauabschnitt ins Auge gefasst. Wir erinnern uns, es waren ja erstmal nur zwei von fünf eigentlich angedachten Hallen gebaut worden. Diese hatten jeweils 500 Quadratmeter Fläche. Nun sollte in einem zweiten Bauabschnitt die Fläche von 1000 Quadratmetern um eine neue Halle mit 1500 Quadratmetern erweitert werden. Also mehr als eine Verdopplung. Das bedeutete einerseits sicher hohe Kosten. Es bedeutete aber andererseits potenziell einen Anstieg, einen deutlichen Anstieg von Besuchen, weil viel mehr Angebot, viel mehr Besuche. Und logischerweise gibt es bei der Bewertung der beiden Faktoren zueinander wieder sehr unterschiedliche Sichtweisen und dies resultiert wieder im politischen Streit und diesmal richtig. Denn am 15. November 1984 beantragt die SPD-Fraktion den zweiten Bauabschnitt aus dem Haushalt herauszunehmen, zu streichen. Und die Logik war nicht Museum Böse, sondern die Logik war, dass die erkennbar guten Zahlen, denn 1984 war zu dem Zeitpunkt ja auch schon blendend gelaufen, kommen wir gleich zu, dass die guten Zahlen keine weiteren Investitionen von Steuergeldern verlangten oder legitimierten. Also Logik war, wenn es so gut läuft, dann spart doch daraus Geld an und baut daraus neue Hallen. Die CDU und die FDP stimmen gegen den Antrag und verweisen darauf, dass gerade wegen des Erfolges Investitionen nötig seien, um das Museum optimal zu nutzen. Also investiere, wenn es gut läuft. Diese Debatte über die Zukunft des Panzermuseums wird im Stadtrat über Wochen geführt und sehr intensiv, also gibt es richtig Streit. Aber weil zu der Zeit die Mehrheit im Stadtrat glasklar war, also die CDU hatte die absolute Mehrheit, wurde die Debatte auf eine andere Ebene verlagert. Also da ging es nicht voran. Die CDU hatte ihren Punkt gemacht und die SPD verlagert es jetzt auf die nächst höhere Ebene. Zwei Landtagsabgeordnete der SPD setzten sich in den November dafür ein, die beantragten Zuschüsse des Landes Niedersachsen zum zweiten Bauabschnitt zu stoppen. Also die Stadt Munster wollte vom Land Niedersachsen wieder Geld haben oder wollte überhaupt mal Geld haben. Letztes Mal war es ja der Landkreis, aber die Stadt Munster wollte eben von der nächsthöheren Ebene Fördergelder haben und die SPD im Landtag sagt, stoppt diesen Vorgang. Der Stadtdirektor und der Bürgermeister von Munster veröffentlichen daraufhin am 5.12. eine Presseerklärung, in der sie die SPD als schlechte StadtpolitikerInnen und DemokratInnen bezeichnen. Zitat Wenn trotz dieser deutlichen Darstellung im Rat gemeint sind die CDU-eigenen Argumente Wenn trotz dieser deutlichen Darstellung im Rat SPD-Ratsherren das Projekt ablehnen, so ist zu fragen, ob sie nach Paragraph 39 NGO gemeint ist die Niedersächsische Gemeindeordnung die Rücksicht auf das Gemeinwohl beachtet haben. Ein guter Demokrat muss schließlich die Mehrheitsentscheidungen akzeptieren können. Der Verwaltungsausschuss der Stadt findet es einen schlechten politischen Stil, wenn Mitglieder der SPD bis auf Landesebene gegen das Panzermuseum votieren und damit den zu erwartenden Landeszuschuss gefährden. Zitat Ende. Hier wird also glasklar artikuliert erstens, dass Stadträte, die der Weisheit der CDU-Argumente nicht folgen, gegen Landesgemeindeordnungen verstoßen würden, weil deren Handlung dann offenkundig das Gemeinwohl gefährde. Und zweitens, dass gute Demokraten die Instrumente, die der Föderalismus ihnen bietet, nicht nutzen sollten oder dürften, wenn sie auf einer der föderalen Ebenen vorher eine Niederlage erlitten haben. Das sind, sagen wir mal, zumindest interessantere Ansichten. Und dementsprechend fiel auch die Reaktion auf dieses Schreiben aus, das Schreiben aus, das öffentlich publik gemacht wurde. Ein SPD-Ratsher beschrieb deutlich diesen Vorgang als überfahren werden, mit schweren Geschützen, was ein schwieriges Bild ist, aber es ist klar, was er gemeint hat. Und es passt zumindest zum Thema. Und ein Kommentar des Heidekuriers einer lokalen Zeitung unterstützte diese Ansicht mit folgenden Zitaten einem Kommentar. Mit ihrem Rundumschlag gegen die Kritiker einer Erweiterung des Panzermuseums in Munster sind Bürgermeister und Stadtdirektor weit über die Grenzen hinausgeschossen, die ihn von Amts wegen gesetzt sind. Am 8.12. veröffentlichte die Munsteraner SPD ihrerseits eine Erklärung, die das Vorgehen der beiden Stadtoberen als schlechten Stil kritisierte. Sie betonten, dass es nicht um den Ausbau ginge an sich oder das Museum selber, sondern um die Quelle der Mittel. Wenn die Einnahmen doch so sprudeln könnten, dann müsste doch davon gebaut werden können, aber eben nicht von Steuergeldern. Und sie schrieben dann auch gleich auf, dass die Steuergelder natürlich alternativ eingesetzt werden können, wenn sie nicht für das Panzermuseum ausgegeben werden müssen. Sie sahen dabei unter anderem den Ausbau von Radwegen zentral und Maßnahmen zur Wärmedinung, was verblüffend modern klingt, muss man zugeben. Die Erklärung der SPD schloss dann mit dem Zitat, es zeugt von schlechtem Stil, wenn gewählte Ratsmitglieder, die in der Sache eine andere Meinung vertreten, einfach als schlechte Demokraten hingestellt werden. Zitat Ende. Man muss sich mal ganz kurz überlegen, Munster ist eine kleine Stadt. Also wir reden hier so von 15.000 bis 20.000 Menschen, die da leben und die politische Clique ist halt noch kleiner. Und wenn da in so schneller Abfolge Ende November Stadtrat, Ende November Landtag, 5.12. CDU-Erklärung, 8.12. SPD-Erklärung, wenn das so rauspoltert, dann muss man sich mal vorstellen, was da los war in Wohnzimmern, an Telefonleitungen, in Kneipen, wo man zusammengesessen hat und fieberig getippt hat und sich dann gestritten hat in den Sitzungen und so weiter. Also es ist wirklich, das Panzermuseum ist von Anfang an ein Auslöser heftiger politischer Debatten. Auch schon damals. Und das wird sich in den nächsten Jahren immer wiederholen und wird so ein Klassiker werden. Der Förderverein derweil hat zum Jahresende rund 300 Mitglieder. Das ist eine enorme Steigerung und grundsätzlich eine respektable Gesamtzahl. Die Museumssaison 84 wird mit rund 40.000 Besuchungen abgeschlossen. Und das ist extrem gut. Also das ist eine super Zahl für die westdeutsche Bundesrepublik dieser Zeit. Ich bin mir relativ sicher, es liest sich aus den Zeilen so raus, dass die Betreiber auch sehr überrascht waren davon. Die Debatte über das Panzermuseum hatte also bereits jetzt schon die Landespolitik erreicht und im Landtag wurde nun ebenfalls über das Panzermuseum und dessen Förderung debattiert. Und jetzt wird es mal richtig interessant. Die geplanten Kosten für die Erweiterung lagen bei 600.000 D-Mark, was ein deutlicher Sprung zum ersten Bauabschnitt war und insgesamt sehr viel Geld. Was unter anderem auch daran liegt, dass jetzt eben mit neuem Material gebaut wurde. Die Loyal, also das Magazin des Reservistenverbandes, schrieb im Februar 85, dass der niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kunst, CDU, 100.000 D-Mark zuschießen würde, wenn die Bundesregierung die Erweiterung des Museums in der Kommune zur Ländersache erklären würde. Die Opposition der SPD wollte natürlich diesen Plan eines CDU-Ministers nicht mittragen. Auch auf Landesebene wurde gesagt, seien die Gelder knapp. Also, selbe Argumentation wie in der Kommune. Übrigens, so viel auch zu früher, war mehr Geld da. Und jetzt wird die Debatte plötzlich inhaltlich. Jetzt wird es wirklich spannend. Die SPD warf dem Minister vor, ein, Zitat, fragwürdiges und konzeptloses Projekt mit einer saftigen Finanzspritze zu unterstützen, während museumspädagogische Vorhaben seit Jahren die Gelder gekürzt oder gar gestrichen würden. Und hier ist jetzt eine objektiv offene Flanke des Gesamtprojektes Panzermuseum anvisiert worden, die sich jetzt durch die nächsten 20 Jahre durchziehen wird. Denn in der Tat hatte das Panzermuseum auch im dritten Jahr seines Betriebes kein Konzept. Nirgends war schriftlich richtig ausgearbeitet, welche Ziele das Museum verfolgte, welche Werkzeuger dazu eingesetzt werden sollten, wie der Betrieb funktionieren sollte und so weiter und so fort. Also, wir haben natürlich diese Begrüßungstafel, was ersetzt, ist ja kein richtiges Museumskonzept. Der Minister vertröstete die Opposition, stellt dabei aber klar, dass das Konzept noch kommen müsse. Also, da gäbe es keine Frage. Zitat, ein Konzept müsse zudem ja erst noch entworfen werden, danach dürfe bei den Besuchern des Museums kein Jubel aufkommen, sondern das Projekt müsse vielmehr Betroffenheit auslösen. Zitat Ende. Das ist jetzt eine bemerkenswerte Wortwahl für einen CDU-Minister der 1980er Jahre. In der heutigen Sprache würde man sagen, der Minister ist woker als wir heute, weil das Panzermuseum heute ja sagt, weder Ort für Trauerarbeit noch Ort für Glorifizierung oder Verdammung. Das finde ich ganz spannend, so als Nebensatz, dass immer gesagt wird, irgendwie das ist ein neuer Trend, was wir heute machen, während der CDU-Minister damals wirklich gesagt hat, ein Panzermuseum muss Betroffenheit auslösen. Also ein Ansatz, der in der Gedenkstättenarbeit ein wichtiger Punkt ist, aber für Museen heute, und deswegen erwähne ich das, und auch damals keine zentrale Rolle gespielt hat. Aber egal, merken wir uns mal. Anfang 1985 sagt der Landesminister, dass ein Konzept wichtig sei, das müsse, zwar noch erarbeitet werden, aber es müsse kommen. Das wird noch mal relevant. Die Erweiterung bekommt in der Landtagsdebatte übrigens die Unterstützung des Museumsverbandes Niedersachsen und Bremen, den es heute immer noch gibt, der immer noch wichtig ist für uns. Und das ist sehr ironisch, weil der MVNB, also dieser Museumsverband Niedersachsen-Bremen, in den folgenden beiden Dekaden die konzeptionellen Bemühungen des DPM, seien sie jetzt aus der Feder der Lehrsammlung oder der Stadtrat oder der Verwaltung, immer, also nicht immer, aber praktisch immer, als zu dünn und zu oberflächlich kritisieren wird. Aber bei der Frage für die Hallen ist der MVNB für die Erweiterung, denn vernünftige Hallen und große Hallen und moderne Hallen seien die Grundvoraussetzung, um Exponate überhaupt vernünftig präsentieren zu können. Da horche ich jetzt natürlich als heutiger Akteur auch auf. Also ich betone noch mal, vernünftige, große, moderne, klimatisch moderne Hallen sind wichtig, um Objekte präsentieren zu können. So, genug Seitenheben. In diesem Jahr 1985 wird das Wie überhaupt immer mehr zum Thema. Also klar, es gibt immer noch die Verteidigungskämpfe um Geld, aber es geht jetzt auch langsam wirklich handfest um das, was machen wir da eigentlich? Also wie soll das Panzermuseum eigentlich funktionieren? Was soll es sagen? Wie soll es das sagen? Und an wen richtet sich das mit welchem Ziel? Das ist das, was diskutiert werden muss. Und am 26. Juni 1985 gibt es in der Mittwoch aktuell einer weiteren kleinen Lokalzeitung einen recht langen Kommentar, der, also Kommentar von der Redaktion, kein Leserbrief, der grundsätzlich sehr positiv gegenüber dem Museum war. Aber auch dieser Kommentar merkte dann am Ende an, dass das Museum konzeptionell sehr schwach sei. Er sagt ganz klar, außer abgestellten Panzern gäbe es nichts zu lernen. Friedrufsruhe und Grabesstille nannte der Kommentator das, was ein eindringliches Bild ist, gerade bei diesem Thema. Trotzdem, die politische Diskussion scheint erfolgreich beendet zu sein und am 10. Also abgestellt worden zu sein. Und am 10. Juli wird der zweite Bauabschnitt dann auch eingeweiht. Es handelt sich wie geplant um eine Halle von 1500 Quadratmetern und es ist eine reine Panzerhalle. Das ist wieder eine wichtige Sache. Im Vorfeld hatte es dazu noch eine richtige Debatte gegeben, weil ja, wir erinnern uns, der Sammlungsteil 2, Orden, Uniform, Ausrüstung, Dokumente immer noch in der Panzertropenschule liegt. Immer noch dieses Marschieren, Fußmarsch, Sicherheitscheck und so weiter nötig ist für so und so viele hunderttausend Besucher pro Jahr und Besucherinnen. Aber insgesamt wurde beschlossen und offensichtlich einvernehmlich durch politische Parteien und Institutionen, dass eine reine Panzerhalle das größere touristische Potenzial haben würde, um Leute anzuziehen, die dann eben Tickets kaufen, sodass der Umzug von Sammlungsteil 2 verschoben wurde, weil man eben Uniformen und auch Handwaffen und Orden auch in andere Museen sehen könne, aber eben das Panzermuseum, das einzige Panzermuseum, zumindest in Westdeutschland. Und deswegen hat man sich dafür entschlossen, eben den Umzug der kleinen Sachen ins Museum nochmal rauszuschieben und erstmal eine Panzerhalle zu bauen. Und die Kosten dazu wurden aufgeteilt. Das Land Niedersachsen zahlte 150.000 Mark, also nochmal mehr als ursprünglich gedacht. Und der Landkreis Soltau-Falling-Bostel, so hieß der Landkreis nämlich seit 1977, gab ebenfalls 150.000 Mark dazu und die Stadt Munster musste dann nur in Anführungszeichen 150.000 Mark selber tragen. Bitte erinnern Sie sich, wir sind Mitte 80er, 150.000 Mark haben eine ordentliche Kaufkraft. Zuschüsse und Spenden deckten dann die fehlenden 150.000 Mark ab und es wurden ziemlich viele Leihgaben und Spenden organisiert, um die neuen Hallen noch angemessen füllen zu können. Zur Eröffnung im Juli war dieses Mal neben lokalen Größen und Bundeswehrgrößen auch ein Staatssekretär vom Bundesverteidigungsministerium dabei. 1983 war noch kein Vertreter der Bundesebene dabei gewesen. Auch eine interessante Geste. Parallel dazu, oder in dieser Zeit, wird auch noch die größte Helmesammlung Europas gekauft, um eine neue Ausstellung auszuwerten, also um die Wände vollzuballen, um es hier ein bisschen flapsig zu sagen. Der Stadtrat beschloss einen Erwerb von rund 600 Helmen für 72.000 Mark. Also deswegen eben auch der Verweis auf die Kaufkraft. Das ist richtig viel Geld für Helme. Zwei Drittel davon wurden mit Steuergeld bezahlt, ein Drittel mit Spenden. Und natürlich gab es auch um diese Anschaffung politischen Streit, da es sich nach Abzug der Spenden immer noch um einen signifikanten Betrag an Geld handelte, und zwar an öffentlichen Mitteln. Die kamen ja auf die 150.000 Mark Eigenanteil für die Halle noch dazu. Also das war schon ordentlich was zu wuppen, da gab es ordentlich Debatten. Und im Sommer 1985 passierten dann rund um das Panzermuseum mehrere spannende Dinge gleichzeitig. Im Juli oder August greift die Hannoverische Allgemeine Zeitung, die hat die Problematik um das fehlende Konzept auf. Also jetzt kriegt man wirklich überregionale Aufmerksamkeit. Zitat Allerdings hat sich die Stadt Munster Zeit gelassen, um die für diese Zahlung zur Bedingung gemachte Vorlage eines didaktischen Konzeptes für ein Panzermuseum zu erfüllen. Bis heute ist das Papier nicht im Ministerium in Hannover eingegangen. Diesen Waffen, gemeint sind Wehrmachtsobjekte, räumte die Museumsleitung in ihrem Panzermuseum den größten Ausstellungsraum ein. Historische Erläuterungen sind Mangelware. Dagegen ist jede technische Spezialität aufgeführt. Zitat Ende. Jetzt wird es interessant. Also jetzt schreibt schon die Hatz in der Landeshauptstadt über diesen Vorgang. Das ist eine neue Dimension. Und gleichzeitig wieder auf kommunaler Ebene, aber woanders, gibt es wiederum strahlendes Panzermuseum, nämlich im Bispinger Stadtrat. Warum im Bispinger Stadtrat? Am 8. August 1985 entbrennt da eine Debatte. Und für die, die sich in der Heide nicht so auskennen, Munster und Bisping liegen nur so roundabout 20 Kilometer auseinander, je nachdem wie sie fahren. Und was passiert da? Ein Bispinger Ratsherr kritisierte, dass angesichts der vielen Beschwerden zahlreiche Urlauber über übelnde Panzer, also über den Lärm, den sie hören und auch die Panzer, die auf den Straßen rumfahren, Verschmutzung und so weiter, dass angesichts dieser Beschwerden auch noch im Verkehrsverein für das Panzermuseum geworben werde, das sei unmöglich. Also man könne nicht die Objekte, die sozusagen alle nerven, auch noch mal im Tourismusbüro bewerben. Dieser Ratsherr verlangte einen Beschluss, die Werbung zu entfernen, damit die TouristInnen nicht auch noch das Reizthema optisch in Bispinger erleben müssen, das ihnen sowieso schon akustisch und auf andere Weisen begegnet. Und auch hier im Stadtrat gibt es dann wieder eine lange Debatte, aber da fällt am 5.12.85 dann direkt eine klare Entscheidung für die Werbung. Es wird gesagt, Werbung für Ausflugsziele in der Region habe gleichmäßig zu geschehen und es sei nicht wirklich anzunehmen, dass die Papierwerbung eines Museums mit lästigen Übungslehren der Bundeswehr gleichgesetzt werde. Das ist ganz spannend, dass die Werbung eines Museums oder unseres Museums debattiert wird. Das gibt es nämlich dann direkt, muss ich kurz überlegen, 40 Jahre später nochmal. 40 Jahre? Nein, 30 Jahre. Und am 8.8.85 gleichzeitig, also während im Bispingen die Debatte losbricht, wurde im Munster zumindest der Entwurf einer museumsdidaktischen Konzeption finalisiert. Das ganze Papier, das damals geschrieben wird, ist im Stil noch super militärisch und das ist ja auch kein Wunder, weil zu dieser Zeit, wie wir gerade hier festgestellt haben, fast alle Personen, die praktisch oder theoretisch am und im und ums Panzermuseum arbeiten, entweder aktive oder pensionierte Berufssoldaten sind. Kein Wunder, dass dann Schriftstücke mit diesem Tonfall ausfallen. Das Papier nimmt darüber hinaus immer wieder Bezug auf Leitlinien und Bestimmungen der Bundeswehr. Die zivile Museologie ist praktisch gar keine Kategorie und das, wie gesagt, obwohl der MVNB schon involviert war. Also der zivile Museumsverband ist ja schon mit drin im Boot, aber er spielt in diesem Papier keine Rolle oder seine Forderungen und Standards. Der Entwurf fordert eine Konzentration auf die Ausstellung der Technik. Eine wissenschaftliche Betreuung des Ganzen sei angestrebt, aber sie wird definiert als, Zitat, vor allem panzertechnische, waffentechnische und uniformkundliche wissenschaftliche Betreuung. Zitat Ende. Zentrale inhaltliche Kategorien neben der Technik, die vermittelt werden sollten, wie zum Beispiel, waren zum Beispiel Kampfwille, Tapferkeit und Opferbereitschaft. Diese sollten dargestellt werden und es ist überhaupt nicht klar, ob sich davon irgendwie kritisch distanziert werden soll oder besser gesagt, ob das kritisch diskutiert werden soll, also historische Pro- und Kontra-Sichtweisen auf die Begriffe oder, wie es der Text im Subtext nahelegt, ob das Werte waren, die vermittelt werden sollten mit der Ausstellung. Also die Art und Weise, wie es geschrieben ist, plus der militärische Hintergrund liegt nahe, dass so Begriffe wie Kampfwille, Tapferkeit, Opferbereitschaft als positive Werte vermittelt werden sollten. Und das soll dargestellt werden mit Dingen wie zum Beispiel logischerweise Uniform und Orden, aber auch der Beschreibung einzelner exemplarischer Taten, also wir reden hier wirklich von der Konstruktion von Heldentaten, auch wenn das nicht gesagt wird, und Zitat Fotografien des Führerkorps einer Panzerdivision, Zitat Ende. Diese rein militärtechnische beziehungsweise militärisch- militärethische Ausrichtung wird auch als ausreichend angesehen, ganz offiziell, weil sie den ZivilistInnen Zitat einen Teilausschnitt der technischen und wirtschaftlichen Wirklichkeit seines Staates fassbar machte, Zitat Ende. Dadurch werde ihre Zitat Urteilsfähigkeit gefördert und seine Orientierungsfähigkeit im komplexen, schwer durchschaubaren, arbeitsteiligen, modernen Industriestaat verbessert. Das Panzermuseum trägt dadurch zur politischen Bildung des Besuchers bei. Zitat Ende. Die Logik, dass wenn man sozusagen einen militärtechnischen, militärethischen Teil beleuchtet, ohne ihn weiter zu kontextualisieren, die ZivilistInnen einen Teilausschnitt sehen und dadurch den Gesamtstaat besser verstehen, finde ich nur bedingt nachvollziehbar, aber viel wichtiger, gemäß meiner eigenen Regeln für dieses Video, verfingen sie auch bei den Zeitgenossen nicht wirklich. Der Entwurf wurde vom niedersächsischen Ministerium, Zitat, für den Betrieb eines Museums nicht für ausreichend gehalten, Zitat Ende, wie wir aus Unterlagen der Stadt wissen. Aber mit so einer Ablehnung fangen die meisten Museen an. Die meisten Museen fangen eben klein an mit Leuten, die keine MuseologInnen oder HistorikerInnen sind oder sonst irgendwas. Und man darf nicht vergessen, dass eben damals zur Gründung des Museums dort keine Museumsprofis oder wie es neuterisch heißt, Museumsprofessionals gearbeitet haben. Völlig egal, ob die Uniformen hatten oder nicht. Diese Personen, die nicht aus der Museumsarbeit kommen, sollen plötzlich museologische Konzepte schreiben. Und dieser Sprung ist schon schwer genug für die meisten Museen. Also man muss sich nun mal die Konzepte von kleinen Heimatmuseen und so weiter ansehen. Und das Panzermuseum hatte auch noch ein besonders schwieriges Thema und eine besonders diffizile gesellschaftliche Position. Also es liegt mir fern, das herabzuwürdigen, was damals geschrieben wurde. Ich sehe es kritisch, ich hätte es glaube ich auch damals kritisch gesehen, aber wie gesagt, Leitling dieses Videos soll sein, wir gehen davon aus, dass diese Personen das Beste für das Museum wollten und dieses Konzept nach bestem Wissen geschrieben haben. Wichtig ist hier auch vor allem das Ergebnis. Es kommt die Rückmeldung vom Land, dass das Konzept nicht ausreicht und der Entwurf wird daher auch überarbeitet. Und Ende 85 kommen dann Signale sowohl vom Ministerium als auch vom Museumsverband, dass der neue Entwurf oder der erneuerte, der erweiterte Entwurf ausreichen dürfte. Das Panzermuseum macht also bereits in den ersten Jahren Schritte von Professionalisierung durch. Das ist eine super Sache. Aber es ist alles ein wenig spät, denn wenn wir uns erinnern, schließt das Panzermuseum 85 seine dritte Saison ohne Konzept hat. Das ist halt objektiv schwierig. Die Tatsache, dass das Jahr 85 ohne Konzept abgeschlossen wird, zusammen mit offenbar sehr guten Drähten in die Landeshauptstadt und ins Ministerium, führt nämlich im Folgejahr zu einem kleinen Skandal. in die Landeshauptstadt in den nächsten Jahr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017